Musik Hi, ich begrüße dich ganz herzlich zum Montagsvideo Triff eine Entscheidung, triff deine Entscheidung Wir haben jetzt Anfang November und es ist ja so ein bisschen der Countdown des Jahres und ich persönlich habe gemerkt, manchmal ist es wichtig, wenn man so in so einem Chaosbrei irgendwie gerade ist dass man wirklich sich mal hinsetzt und nochmal überlegt, was will ich denn jetzt Und wenn du das Video nicht aktuell an diesem Montag anschaust, sondern vielleicht irgendwie nächstes Jahr im Januar oder irgendwann dann kannst du einfach schauen, wenn es dich anspricht, welcher Zeitraum trifft denn für dich zu Und jetzt ist eben Anfang November und ich möchte dir nochmal sagen Meine Erfahrung ist, dass im Dezember ist letztendlich ganz viel ausgerichtet auf die Weihnachtszeit Für mich ist es Dekoration, Plätzchen backen, ich liebe Weihnachten, Geschenke, Familie, Kinder, leckeres Essen Langsamer machen, ins Kino gehen und alles, was für mich in den Monat Dezember gehört Also ist November immer nochmal ein Monat, wo ich beruflich so diese Idee habe, nochmal so durchzustarten Einfach nochmal vielleicht ein bisschen ein Polster anzulegen, eine gute Geschäftsidee zu entwickeln Mir nochmal zu überlegen, was brauchen meine Kunden, was brauchst du, was ist die Herzenssache vom Kunde, was hat der für Bedürfnisse Und da habe ich mir jetzt nochmal Gedanken gemacht und habe selber so festgestellt Ich habe ja jetzt im Sommer diese Geldchallenge gemacht, da habe ich jetzt nicht finanzielle Ideen im Vordergrund gehabt Für mich war es eben wichtig, schöne Herbstferien mit meiner Tochter, mit der Familie zu haben Zeit mit meiner Mutter zu verbringen, weil sie einfach kränker war Und für mich war das Ziel Nummer 3, eben jetzt so meine Traumfigur zu haben Wenn ihr die letzten Videos angeschaut habt, habt ihr einiges davon mitbekommen Ich war also jetzt so an den Zielen angekommen Und jetzt war so die Frage für mich, was mache ich jetzt noch so bis zum Dezember Und da ist mir nochmal klar geworden heute, wenn ich so um mich rum schaue, sind viele Menschen so ein bisschen desorientiert Die wursteln so vor sich hin, bei uns ist jetzt ja schönes Wetter, man genießt so den goldenen Oktober, die Novembersonne Aber ich bemerke bei den einen oder anderen, dass so eine Desorientiertheit da ist Was will ich denn jetzt noch so, was mache ich denn jetzt so Und deswegen ist heute mein Thema für dich, triff eine Entscheidung, triff deine Entscheidung Entscheidungen, die für dich passen Wenn du draußen schaust, wie die Blätter von den Bäumen rieseln So die Energiefrequenz im Augenblick ja nochmal, möchtest du was loslassen Möchtest du ein Thema verabschieden Gibt es da irgendwas, wenn du dich jetzt darauf konzentrierst, wenn du das ins Bewusstsein nimmst Gibt es etwas, was dir schon lange stinkt, was dich schon lange nervt Ach, aber es war nicht so wichtig, dich jetzt damit zu beschäftigen und die Konsequenz der Veränderung zu tragen Manchmal ist es so, wenn man was verabschiedet, sei es, ob man den Keller ausräumt oder Menschen verabschiedet Oder Dinge aufräumt, im Kleiderschrank, vielleicht von Sommergarderobe auf Wintergarderobe umrüstet Dass wenn die Dinge losgelassen werden wollen, dass da auch ein bisschen Raum braucht für Gefühle Vielleicht für Abschied, vielleicht für Trauer, vielleicht für Ängste vor der Veränderung Wenn du was loslässt, wer bin ich denn dann, wenn ich mich verändere Wenn ich einen anderen Arbeitsplatz annehme, wenn ich mein Teamkollegium wechsle Oder wenn ich in der Partnerschaft etwas verändere Und sei es nur das Schlafzimmer frisch tapezieren und ich vielleicht die alte Dekoration verabschiede Fühl mal, wenn du jetzt noch so spürst, so zwei, drei Wochen, dein November, der kann noch ganz gut genutzt werden Für loslassen, aber vielleicht auch noch innen drin für etwas, was wichtig ist Ich mache da oft auch die Steuer und die Buchhaltung Weil draußen einfach, es lädt zwar noch zum Spaziergang ein Aber zum ein, zwei Stunden draußen sitzen am Abend eher weniger Das heißt, fühl mal, wenn du nach innen gehst, was da aufgeräumt werden möchte Und dann fühl mal, wenn du jetzt drei wichtige Ziele für dieses Jahr, für den Augenblick Oder für den November festlegen möchtest Erstens, was ist dir im Augenblick total wichtig? Wo hast du ein brennendes Verlangen, dass dieses Thema, das dir unter den Nägeln brennt Das dich begeistert oder dich so belastet, dass du es dieses Jahr noch geklärt haben möchtest? Fühl mal, wenn du so tiefer durchatmest und dich so einen Augenblick einlässt Nimm dir einen Zettel, schreib drauf Dein wichtigstes Ziel für dieses Jahr noch Und wenn du da noch ein bisschen Kapazität hast Ziel Nummer zwei Was wäre noch wünschenswert? Wenn du Raum hast und spürst Oh, da ist noch was Das ist mir eigentlich auch ganz schön wichtig Atme mal, stell dir mal vor Wenn du das Ziel erreicht hast Wie sich das anfühlt Wer würde das bemerken, dass du dein Ziel erreicht hast? Und Ziel Nummer drei Was würde dich noch begeistern, wenn du spürst Okay, ich lege noch eine Schippe drauf und das schaffe ich auch noch Und fühl nochmal, wenn du deinen Wunsch, deine Idee Nummer drei aufschreibst Und dann häng dir den Zettel an die Pinnwand An den Kühlschrank Ins Schlafzimmer Zur Zahnbürste Wo auch immer ein Ort der Präsenz ist Oder in den Schminkspiegel rein Wenn du eine Frau bist Zu deinen Krawatten Zu deinen Turnschuhen Wenn du ein Mann bist Wo du diesem Zettel so begegnest Dass du dich ab und zu damit beschäftigen kannst Und dann vielleicht im Alltag Wenn du Geschäftsmann bist Im Auto Damit nochmal beschäftigen kannst Was muss ich denn machen, dass ich da hinkomme? Dass ich im Teamkollegium bessere Stimmung habe Dass ich abends nach Hause komme Und meine Partnerin freut sich, mich zu sehen Oder wenn du es bei den Turnschuhen in der Sporttasche liegen hast Mach es in den Turnschuh rein Dass wenn du in den Sport gehst Bevor du in die Turnschuhe steigst Dass du den Zettel rausnimmst Ah, darüber wollte ich mir Gedanken machen Wie erreichst du dein Ziel Dass du deine Entscheidungen umsetzen kannst Salamitaktik Hast du schon mal was davon gehört? Man macht es so scheibchenweise Das heißt, wenn du zum Beispiel erreichen möchtest Dass du das Schlafzimmer frisch tapezierst Dann triff dich erstmal mit deiner Partnerin im Café Und sag ich möchte gern Oder mit deinem Partner im Café Ich möchte gern, dass das Schlafzimmer renoviert wird Welche Farbe wollen wir? Wann gehen wir in den Baumarkt? Wo schlafen wir in der Zeit? Das heißt, die Zwischenziele müssen festgelegt werden Als ich jetzt weiter abnehmen wollte War irgendwie klar Ich muss mir einen Ernährungsplan machen Ich möchte meinen Sport besser einplanen Ich brauche meinen Mann in meinem Boot Dass er Lust hat, mit mir zusammen diese Dinge zu kochen Ich brauche eine Idee Was ist meine Tochter? Die ist zwar groß und super dünn Die kann aber nicht so kalorienreduziert essen wie ich Die fällt uns echt vom Fleisch Das heißt, wo sind diese Zwischenschritte Die dir wichtig sind Dass du sie umsetzen kannst Und jetzt denke ich einfach Greif zur Schippe Greif zum Kuli Schreib dir deine drei wichtigen Ziele Leg sie irgendwo hin Wo du Zeit hast, um darüber nachzudenken Überleg dir Salami-Taktik Welche Zwischenschritte brauchst du Notiere die dir in deinen Terminkalender An den Kühlschrank Je nachdem, wo dein Job ist Wo du dich öfters aufhältst Nutz diese Techniken dieser Welt Damit du spürst Es ist wichtig, Auszeiten zu nehmen Aber es ist auch ein tolles Gefühl Bestimmte Ziele zu definieren Und sich dahin zu bewegen Weil es einfach schön ist Wenn wir unsere Träume verwirklicht bekommen Ich wünsche dir ganz viel Power Wenn dir der Video gefallen hat Freue ich mich, Daumen hoch Wenn du es teilst Sprich mit anderen darüber Nutz die Zeit, die für dich richtig und wichtig ist In diesem November Für Freude und den Tatendrang, der dir was bringt Alles Gute, bis nächste Woche Bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020